Bevor wir uns im zweiten Teil mit der digitalen Analogwandlung beschäftigen, noch ein kleiner Nachtrag zum AD-Wandler. Neben der Methode, die ich im letzten Video gezeigt habe, gibt es auch andere, weniger aufwendigere Varianten der AD-Wandlung. Nachteilig ist allerdings, dass die für schnelle Signaländerungen nicht so gut geeignet sind. Beispiel das Sägezahnverfahren. Man braucht nur einen Vergleicher, einen Komparator. Die Referenzspannung wird über einen Sägezahngenerator langsam hochgefahren. Bis sie mit der Eingangsspannung übereinstimmt. Während dieser Zeit läuft ein Zähler hoch, der natürlich umso weiter zählt, je höher die Spannung ist. Der Zählerstand ist dann der Wert, den man dieser Spannung zuordnet. Das Problem dabei ist, dass das Hochzählen Zeit benötigt und die Geschwindigkeit der Abtastung damit begrenzt ist. Ein Rechenbeispiel. Nehmen wir an, dass ein Audiosignal mit einer üblichen Abtastfrequenz von 48 kHz in einem 16-Bit-AD-Wandler digitalisiert werden soll. Das bedeutet, der Zähler müsste bis zu 65.536 Stufen während einer Abtastung durchzählen. Bei 48.000 Abtastungen in der Sekunde ergebe das eine Zählfrequenz von über 3 GHz. Dieses Verfahren macht also nur Sinn, wenn die Abtastrate sehr viel geringer sein kann. Zum Beispiel, um die Stellung eines Bedienelementes abzufragen, wie bei einem Joystick. Aber sehen wir uns jetzt an, wie wir aus den Binärzahlen wieder ein analoges Signal machen können. Herzlich Willkommen bei Technik Selbsterlebt. Erinnern wir uns nochmal. Nach der Analog-Digital-Wandlung liegen uns die Daten nur noch als binäre Zahlenwerte vor, die nur Stichproben des originalen Signals darstellen. Im Extremfall haben wir nur zwei Werte pro Schwingung. Was das bedeutet, habe ich im Video zum digitalen Oszilloskop schon mal erklärt. Aus diesen Proben soll jetzt das Originalsignal wiederhergestellt werden. Das ist nur bedingt möglich, da uns die Information über das ursprüngliche Signal zwischen den einzelnen Abtastungen verloren gegangen ist. In der ersten Stufe müssen wir erstmal aus den Binärwerten wieder die ursprünglichen Spannungswerte machen. Im Gegensatz zur vorgestellten AD-Wandlung ist der Aufwand für die Rückwandlung recht überschaubar. Und kann im Prinzip mit passiven Elementen erfolgen durch ein sogenanntes R2R-Netzwerk. Der Name kommt daher, dass es aus einer Reihe von gleichgroßen Widerständen und Widerständen mit dem doppelten Wert besteht, also R und zweimal R. Der absolute Wert der Widerstände ist erst einmal nebensächlich, da wir es hier mit einem großen Spannungsteiler zu tun haben, an dem die Spannungen ausschließlich vom Verhältnis der Widerstandswerte zueinander abhängen. Praktisch ist es natürlich nicht ganz egal, wie groß die Widerstandswerte sind, denn je nieder Omega das Netzwerk wird, umso größere Ströme müssen von der Quelle in das Netzwerk eingespeist werden können. An jedem Knotenpunkt wird ein Bit des Binärwertes angelegt. Das heißt, die Leitung ist bei einer 0 mit der Masse verbunden und bei einer 1 mit der Versorgungsspannung. Die Schalter sind natürlich in der Realität elektronische Schalter. Am oberen Knotenpunkt wird die Ausgangsspannung abgegriffen. Je nach Schalterstellung ergibt sich eine andere Zusammenschaltung der Widerstände im Netzwerk und damit eine andere Ausgangsspannung. Eine wichtige Voraussetzung ist, dass der Lastwiderstand am Ausgang sehr hoch ist, der Spannungsteiler also nicht belastet wird, weil sonst das Ergebnis verfälscht wird. Eine allgemeine Formel dafür herzuleiten, was bei den verschiedenen Schalterstellungen und damit den verschiedenen Binärwerten herauskommt, ist recht aufwendig und deshalb spare ich mir das. Für einen Bastler ist in erster Linie mal das Ergebnis interessant. Die Gesamtspannung wird in eine Anzahl gleicher Spannungsstufen zerlegt. Die Anzahl richtet sich nach der möglichen Zahl von Binärwerten. Bei 8-Bit ergeben sich 256 Stufen. Das bedeutet, die Spannungsdifferenz entspricht einem 256. der Versorgungsspannung. Bei der Zahl 55 zum Beispiel beträgt die Ausgangsspannung 55 256. der Gesamtspannung. Bei der 56 sind es 56 256. Am einfachsten lässt sich überblicken, was passiert, wenn nur das höchstwertige Bit gesetzt wird. Das entspricht dem Wert 128. Das ist genau die Hälfte von 256. Der Ausgang liegt an einem Spannungsteiler aus dem oberen Widerstand mit dem Wert 2R und dem gesamten Netzwerk auf der anderen Seite. Dessen Gesamtwiderstand lässt sich aber ganz einfach berechnen. Ganz unten sind zwei Widerstände mit 2R parallel geschaltet. Zwei gleiche Widerstände parallel ergeben den halben Widerstand, also einmal R. Der liegt in Reihe mit einem weiteren Widerstand, R, was wieder 2R ergibt. Hier liegt wieder ein 2R Widerstand parallel, macht ein R. Plus einmal R in Reihe sind das wieder 2R. Und so geht es weiter, egal wie viele Elemente es gibt. Der Gesamtwiderstand des unteren Netzwerkes ist immer zweimal R. Wir haben also einen Spannungsteiler mit zwei gleichen Widerständen, wodurch am Ausgang die halbe Versorgungsspannung liegt. Also 128,256. Wenn mehrere Schalter geschlossen sind, ist das aber viel komplizierter. Ich wollte aber trotzdem wissen, was passiert und habe mal alle Varianten bei einem 2-Bit-Wandler berechnet. Es sind vier Werte, nämlich 0 bis 3 möglich. Die Ausgangsspannung muss sich also in Schritten zu einem Viertel der Gesamtspannung ändern. Bei der 0 liegen beide Eingänge auf Masse und die Ausgangsspannung ist damit 0. Bei der 1 liegt der untere Eingang an der Versorgungsspannung. Für eine bessere Übersicht habe ich die Schaltung mal etwas anders gezeichnet. Als erstes berechnen wir mal die Spannung an diesem Knotenpunkt. Der obere Widerstand hat den Wert 2R und unten liegt R1 parallel zu der Reihenschaltung aus R2 und R4. Das müssen wir ausrechnen. Bei einer Parallelschaltung ist der Widerstand gleich dem Produkt aus beiden Widerständen durch die Summe der Widerstände. Das ist 2R mal R2 plus R4, also 3R, durch 2R plus 3R. Das ergibt einen Wert von 6 Fünftel R. Die Spannung ergibt sich aus dem Verhältnis der 6 Fünftel R zum Gesamtwiderstand des Spannungsteilers. Also 6 Fünftel R plus 10 Fünftel R. Das sind 16 Fünftel R. Das macht eine Spannung von 6 Sechzehnteln oder gekürzt 3 Achteln der Gesamtspannung. Bevor die auf den Ausgang gelangt, wird sie nochmal durch den Spannungsteiler aus R2 und R4 herabgesetzt, und zwar auf 2 Drittel des Wertes. Denn R4 ist 2 Drittel von R2 plus R4. 2 Drittel von 3 Achteln ergibt 6,24 der Gesamtspannung oder 1 Viertel. Das, was wir erwartet haben. Bei der Binären 2 ist das höchstwertige Bit allein gesetzt. Und was dabei herauskommt, haben wir ja schon gesehen, nämlich die halbe Spannung oder 2 Viertel. Bei der R3 sind beide Eingänge mit der Spannung verbunden. Auch das habe ich mal etwas anders dargestellt. Das ist jetzt nicht ganz so einfach aufzulösen. Die Spannung wird über die Widerstände R1 und R3 an zwei verschiedenen Knotenpunkten eingespeist. Die sind mit R2 verbunden. Um das zu berechnen, brauchen wir etwas, was wir auf dem Kanal noch nicht besprochen haben, die Dreiecksternumwandlung von Widerständen. Dieses Widerstandsdreieck lässt sich umwandeln in eine sternförmige Anordnung, die sich genauso verhält, weil die Widerstandswerte zwischen den Knotenpunkten gleich groß sind. Die Formel dafür lässt sich recht leicht merken. Der Sternwiderstand an einem Knotenpunkt entspricht dem Produkt aus den beiden anliegenden Dreieckswiderständen, also im Punkt A sind das jeweils 2R, das macht also 4R Quadrat, durch die Summe der drei Widerstände im Dreieck, das sind zusammen 5R. RA hat also 4 Fünftel R. An den beiden anderen Punkten sind das 1R mal 2R durch 5R, also 2 Fünftel R. Wie groß ist denn nun aber die Spannung am Ausgang? Den Widerstand RC können wir ignorieren, da wir ja voraussetzen, dass über den Ausgang kein Strom fließt. Damit ist der Spannungsabfall auch 0 und am Ausgang liegt die gleiche Spannung wie an diesem Knotenpunkt. Und das ist jetzt wieder ein einfacher Spannungsteiler. Die Spannung entspricht dem Verhältnis von Rb plus R4 zum Gesamtwiderstand. Das sind 2R plus 2 Fünftel R, also 12 Fünftel R, durch 12 Fünftel R plus 4 Fünftel R, also 16 Fünftel R. 12 Fünftel R, gekürzt, ergibt drei Viertel der Versorgungsspannung, wie vorhergesagt. Das war so nebenbei nochmal eine kleine Rechenübung zum Ohmschen Gesetz bzw. Spannungsteiler. Der Kanal wäre ja nicht mehr derselbe, wenn ich das nicht auch ausprobieren würde. Dazu baue ich ein Netzwerk mit 4 Bit. Die Abstufung der Ausgangsspannung beträgt damit ein Sechzehntel der Gesamtspannung. Damit ich nicht viel rechnen muss, stelle ich die Versorgungsspannung auf 16 Volt ein. Jede Stufe entspricht damit genau einem Volt. Die Widerstände haben natürlich gewisse Toleranzen, deshalb werden die Werte vielleicht nicht ganz exakt sein. Alle 4 Bits auf 0 ergibt natürlich 0 Volt. Jetzt nehmen wir mal die 1er Stelle, setzen die auf 1, dann kommen wir auf 1 Volt. Bei der 2er Stelle sind es 2 Volt, beide zusammen ergibt 3 Volt. Die 2 hoch 2, also die 4er Stelle, bringt uns auf 4 Volt. Und die 2 hoch 3er Stelle ist die 8, sind ungefähr 8 Volt. Jetzt nehmen wir die 4 noch dazu, dann sind wir bei 12 Volt plus die 2, 14 und alle 4 auf 1 sind wir bei 15 Volt. Damit der Spannungsteiler nicht so stark belastet wird, kann man die Spannung zum Beispiel über einen Spannungsfolger mit Operationsverstärker abgreifen. Die Genauigkeit hängt natürlich sehr stark von der Genauigkeit der Widerstände ab. Es gibt fertige Widerstandsnetzwerke im Busterbedarf. Ich hatte gerade keins zur Hand und musste mir die Widerstände ausmessen. Der Vorteil dieser Lösung ist die theoretisch verzögerungsfreie Umsetzung eines Binärwertes in einen Spannungswert. Wie sieht denn nun aber das Signal am Ausgang nach der Digital-Analog-Wandlung aus? Die Spannung springt jetzt im Takt der Abtastung. Diese Treppe ähnelt nur entfernt unserem ursprünglichen analogen Signal. Man muss jetzt das Ergebnis noch durch ein sogenanntes Rekonstruktionsfilter schicken. Wobei wirklich rekonstruieren können wir das Signal nicht. Denn wir wissen nicht mehr, was zwischen den Abtastungen bei der Digitalisierung passiert ist. Im Grunde genommen ist so ein Filter nicht viel mehr als ein einfacher Tiefpass, der das Signal glättet, um sich dem Originalsignal so gut es geht anzunähern. Es gibt natürlich auch hier andere Techniken der Digital-Analog-Wandlung. Auch wieder ein Zählverfahren. Ein Zähler erzeugt so viele Zeitschritte, wie es Stufen gibt. Je nach Binärwert wird ein Schalter für eine bestimmte Zahl von Zeitschritten eingeschaltet. Höhere Zahlen bedeuten längere Einschaltzeit. Durch periodische Wiederholung entsteht ein Signal, bei dem sich die Pulsweite entsprechend der Eingangswert erinnert. Davon bildet man den Mittelwert, indem man zum Beispiel einfach einen Kondensator auflädt. Je länger die Einschaltphase, umso höher lädt sich der Kondensator auf. Auf die Art entsteht auch gleich automatisch eine Glättung durch Ausgleich der Stufen. Allerdings ist auch hier die Umsatzzeit wieder länger als beim passiven Widerstandsnetzwerk. So, das war jetzt ein kleiner, zweiteiliger Ausflug in die Schnittstellen zwischen analoger und digitaler Welt. Ich hoffe, dass ihr dadurch ein etwas tieferes Verständnis für die Problematik bekommen habt. Fragen und Bemerkungen könnt ihr gerne in den Kommentaren hinterlassen. Bis demnächst. Bis zum nächsten Mal.